Du kannst... ...du oder er. Du bist in uns vereinen. Was bildest du dir ein? Wir müssen längst in der Kirche sein. Komm, komm, komm! Wir müssen hier weg! Jetzt! Ja, jetzt! Ich kenne es dir später jetzt. Geh! Bye-bye! Du kommst jetzt mit mir da rein und heiratest nicht. Ist das klar? So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger nehme ich an? Ja. Na, dann ist es auch wirklich wichtig. Spar dir deinen Sarkasmus! Und hör endlich auf mit deinen Eifersüchteleien, sonst friert bei mir wirklich alles ein. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020